Mit dem HVS4 Upgrade sind die natürlich auch Kosten verbunden. Erstens, ich habe Projektkosten. Das zweite ist natürlich auch die Umstellung des Lizenzmodells. Das heißt, meine Wartungskosten verändern sich, steigen an die jährlichen. Und ich habe Einmalkosten, die ich habe. Und dann gucke ich mir kurz an auf die Mehrwertseite. Was habe ich? Zeit. Stellt euch einmal vor, ihr macht die ganze Tag Personalarbeit in der Cloud von SuccessFactors und einmal im Monat schaltet ihr für eine Woche dieses SAP HCM-System an. Klick hochfahren und dann fahre ich das System wieder runter. Das kann ich ja erst mal bis 2040 reiten. Alle müssen sich bewusst sein, die Uhr schlägt und 2040 ist over. Hallo und herzlich willkommen beim SAP IT Podcast der Mainz Square AG. Mein Name ist Tobias Harmes und wir reden heute über HVS4 Erfahrungsberichte. Erste Erfahrungsberichte. Ich habe mir dazu einen kompetenten Ansprechpartner eingeladen, Alexander Graf. Hi Alex. Hallo zusammen. Alex Graf. Ich habe mir das hier notiert. Du bist Berater und Bereichsleiter für den Bereich IT für HR und Personal bei der Mainz Square AG. Seit mehr als 15 Jahren machst du Konzeptionen und Durchführungen von HR-Digitalisierungsprojekten für Mittelstand und Großunternehmen und bist spezialisiert auf die strategische Anwendungs- und Prozessberatung im Personalmanagement mit SAP HR, HCM und Cloud-Lösungen wie SuccessFactors oder Workday. Das ist korrekt. Wow. Mal gucken, ob sich das alle das merken können. Okay, also es geht um HVS4 und wir haben, kleine Anmerkung, wir haben schon vor einem halben Jahr miteinander geredet über das Thema. Ja, etwa. Und du hast mich auf dem Gang angesprochen und hast gesagt, okay, wir müssten mal ein Update machen. Es gab ein paar Entwicklungen, sage ich mal, auf die gehen wir dann heute ein. Ja, bin sehr gespannt. Und ja, dann legen wir mal los. In sechs Monaten, es hat sich ein bisschen was getan. Aber mal angenommen, ja, ich habe jetzt, also HCM ist jetzt auch nicht mein Core-Thema oder vielleicht ist es mein Core-Thema, aber ich bin da vielleicht noch nicht ganz up to date. HVS4, wenn du das jetzt mal irgendwie zusammenfassen müsstest, was ist das? Ja gut, also HVS4 für sich gesehen, also steht ja für SAP HCM for S4 HANA, den sperrigen Namen, der dann zusammengefasst wurde, auf HVS4. Und ist im Prinzip das Upgrade des bestehenden SAP HCM-Systems, was wir alle kennen und eingeführt haben und betreiben, auf eine neue Version. Genau, und mit diesem Upgrade hat die SAP einige, ja, Restriktionen verfasst, um ein bisschen technologischen Altbestand aufzuräumen, dass jeder auf eine gute Codeline kommt und auch wieder besser und einfacher für die SAP erwartungsfähiger das Ganze zu haben. Ja, und das ist im Prinzip HVS4 für sich gesehen. Mit den Restriktionen natürlich gibt es Einschränkungen, was das Thema technisch angeht, aber halt auch fachlich angeht. Das heißt, viele altere, ganz alte Inhalte im HR-Bereich sind damit abgekündigt, müssen ausgetauscht, ersetzt werden oder sind meistens halt auch gar nicht mehr im Betrieb. Aber dann halt auch so das ganze Thema drumherum, was das Ganze angeht, zum Beispiel Upgrade des Netweaver-Stacks darunter, HANA-Datenbank und so weiter und so weiter. Das sind so Restriktionen, die man erstmal erfüllen muss, um überhaupt dieses Upgrade durchzuführen. Also jetzt ist ja HVS4 irgendwie ein Begriff, also im Zusammenhang mit S4HANA, wie du gesagt hast. Und jetzt irgendwie habe ich immer den Eindruck, keiner schreit Joche, wenn HVS4 erwähnt wird, weil es ja irgendwie eine Zwischenlösung zu sein scheint. Es ist jetzt nicht so, dass im Upgrade-Fad alle sagen, ja Mensch, darauf haben wir gewartet, wir wollen insgesamt auf S4HANA und HVS4 ist jetzt HCM S4HANA Edition, alles wird gut und dann geht es erstmal bis 2040 weiter. Was ist hier eigentlich der Knackepunkt? Also warum wird gezögert? Ja, der wichtige Punkt ist natürlich für die SAP ist das Thema SuccessFactors, das strategische Produkt für die Personalprozesse in der Cloud des Produkts. Das ist das Cloud-Offering, wie man so schön sagt, von SAP, also ich kriege HCM aus dem Browser. Ja, genau. Und jetzt kommt dann natürlich der andere Punkt gegenüber den restlichen ERP-Welt, wo man sagt, yippie, da kommt jetzt mit S4 richtig was Neues und so weiter. Ist es so, bezogen zum Beispiel auf das Finance, bei Finance habe ich ein neues Datenmodell, wissen wir ja, wir haben neue Prozesse, wir haben neue Oberflächen, schicker, es ist alles schneller, es ist alles kleiner, vielleicht auch geworden zusammengedampfter, aber dafür auch besser. Und bei HCM ist es so, ich habe kein neues Datenmodell, ich habe keine neuen Prozesse und ich bekomme mit HVS4 einige neue Oberflächen basierend auf den bestehenden Modulen, die schon existieren. Ja, also ich sage jetzt mal, es gibt schon wieder eine neue Version von einem Teamkalender, so nach dem Motto, ja, so die 18. gefühlte. Also bei Autos würde man sagen, es wird eine Modellpflege gemacht? Ja, beim Auto würde man sagen, Farbe. Man fährt einmal durch die Straße und kriegt eine neue Farbe auflackiert. Es wird neu lackiert. Neu lackiert, ja. Also Modellpflege wäre doch schon mit der Automobilbrüche etwas weiter gefasst bei der ganzen Sache. Ja, aber nichtsdestotrotz, um erstmal die Farbe zu bekommen, muss ich den Motor tauschen, neue Reifen aufziehen, vielleicht das Lederpolieren innen drin und so weiter und so weiter. Ja, ja, um dann endlich in den Genuss zu kommen, neue Farbe zu erhalten. So, und jetzt, da hatten wir ja auch schon mal vor einem halben Jahr drüber gesprochen, was eigentlich aber im Prinzip immer noch gesetzt ist, auch wenn man jetzt sagt, okay, also vorher war ja die Aussage, nee, wird abgekündigt. Ende 2027 ist aus, die Maus mit HCM, Grüße, alle sollen auf SuccessFactors. Jetzt ist HVSV da und gilt als Interimsschritt, also oder erstmal als nächster logischer Schritt. Wie weit komme ich da mit HVSV? Ja, das Wort Interimsschritt, Übergangslösung oder Brückentechnologie oder wie immer, weiß ich, dass das die SAP-Kollegen nicht so gerne hören. Warum nicht? Also, ist das falsch oder? Ja, es ist ein Auge des Betrachters, wie man es bezeichnet bei der ganzen Sache, ja. Also, du kommst aber, ich komme auf deine Frage eigentlich zu sprechen. Jetzt mal für einen normalsterblichen SAP-Kunden, sage ich mal. Darf man das so verwenden? Okay, alles klar. Genau, also die Zeiten. Also 2027 endet der Vato-Zyklus, ich kann da natürlich bis 2030 Extended Maintenance machen, das ist ja halt auch bekannt, das ist auch für FI und so weiter, das ist möglich für andere ERP-Modelle. Ist das ähnlich. Und wenn ich auf HVSV upgrade, jetzt als Beispiel die 2023er Version, die raus ist, dann erhalte ich für die 2023er Version auch ein Wartungsfenster bis 2027. Muss ich bis die nächste Upgrades machen, das ist dann das 2025er Release, dann habe ich bis 2032, 2027er Release, bis 2034, bis das dann irgendwann mal in 2040 endet. Und das heißt, mit einem HVSV upgrade für sich gesehen, ist nicht so einmal Upgrade in 2040 Ruhe, nee, ich muss dann schon nur kleinere Upgrades im S4-Kontext machen, so wie die S4-Release-Zyklen natürlich auch sind. Und ich habe dann immer so ein 7-Jahres-Wartungsfenster, was sich dann immer weiter verschiebt, bis ich irgendwann mal mit dem 2033er Release dann auf 2040 lande. So wie die anderen mit SVH, normal. Genau, richtig, das kennt man aus der restlichen ERP-Welt so. Im HR-Welt sagt man sich so, ja Moment mal, ich habe da nicht bis 2040 Ruhe, na, jein, ist dann eher so, nee, nicht so ganz. Aber die Upgrades dann 2025 und so weiter, da steckt natürlich immer vergleichbar jetzt, was man in der Vergangenheit sehen könnte, Enhancement Packages, so ein Umfang vielleicht auch noch irgendwie drin, Dinge, die man ändern muss und so weiter. Ein Punkt zum Beispiel, auch so eine Erkenntnis aus den Readiness-Checks, die wir mit unseren Kunden machen. Kunden, die schon SuccessFactors im Einsatz haben, eine schöne implementierte Schnittstelle haben zwischen SAP HCM und SuccessFactors, haben wir schon mal darauf vorbereitet, dass mit dem eigentlich angekündigten mal 2024er Release, jetzt ist aber das 2025er Release, was kommen wird, diese Stammdaten-Schnittstelle eine neue wird, die man updaten muss an der Stelle und nicht mal die jetzige Lauf, die jetzige, die läuft, verwenden kann, sondern eine neuere. Und dann sagt er, Moment mal, ich habe das jetzt schon gemacht, habe diese Schnittstelle, die hat mir irgendwie kein schöner sechsstelliger Betrag gekostet, dass sie endlich mal läuft und lauffähig ist. Kann ich ja jetzt schon wieder dran demnächst. Ja, natürlich kannst du dann demnächst wieder dran. Wird es nochmal einen sechsstelligen Betrag kosten? Eher nein, aber natürlich, wenn man irgendwas tun muss, wird es irgendwas kosten bei der ganzen Sache. Bringt natürlich aber auch diese Schnittstelle noch ein paar Stabilitätsvorteile, die echt Sinn machen. Also es macht dann schon im laufenden Betrieb Sinn, das Ganze zu haben und könnte sich dadurch amortisieren, wie man so schön sagt. Als Beispiel, wir steigen schon tief ein. Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Also Stammdaten-Schnittstelle, da auf jeden Fall mal gedanklich ein Kreuz machen. Das muss mit auf die Liste. Ein Aha, Moment. Wenn HVS vorangegangen wird. Okay, ich bin noch ein bisschen weiter vorne jetzt gedanklich. Ich freue mich gerade mit HVS voran und überlege mir, kann ich, also die Frage ist ja immer, kann ich den Schritt auch auslassen? Kann ich jetzt mal ein HCM, also kann ich das so ein bisschen aussetzen, wie ich bleibe auf ERP 6, ERP 4, solange es irgendwie geht. Und dann mache ich irgendeinen großen Sprung oder so. Kann ich es aussetzen? Also wenn SuccessFactors doch eigentlich die Go-To-Lösung ist, wie lange halte ich durch, wenn ich nichts machen will? Ja gut, die Frage ist ja, wie gut pokert man eigentlich und wie gerne pokert man? Ich pucker sehr gerne. Ja, dann ist, es gibt ja verschiedene Strategien, die man jetzt fahren kann. Also es gibt eine Strategie, die wir auch mit dem einen oder anderen Kunden ausarbeiten oder ausarbeitet haben bei der ganzen Sache ist es, die SAP hat SuccessFactors Payroll angekündigt, dass es ja irgendwo mal kommen soll. Also das ist die, für alle HCM nicht affin, also die Gehaltsabrechnung? Die Gehaltsabrechnung dann in der Cloud, nativ in der Cloud, also richtig in der Cloud, ein System, was da steht und was dann auch arbeitet mit vielen verschiedenen neuen architektonischen Grundlagen und auch schneller, besser und so weiter. Und es gibt natürlich die legitime Strategie dahingehend, dass man sagt, okay, die soll so Pi mal da im Runden 2027 erscheinen, dass ich jetzt sage, ich mache jetzt erstmal HVS vor technisch gar nichts, ich mache jetzt mal bis 2027, ich gucke, beobachte diesen Markt, in was das geht, ich habe jetzt auch vielleicht nicht die komplizierteste Entgeltabrechnung, weil ich nicht im öffentlichen Dienst tätig bin, also diese Aussage gilt nur für alle, die nicht im öffentlichen Dienst tätig sind, ja. Und gucke mir das mal an und gehe dann irgendwann mal 2028, 2029 auf die SuccessFactors Payroll und lasse das SAP-HCM-System dann 2030 über die Klippe springen und Extended Maintenance noch, mache ich da ein bisschen Aufpreis, was meine Wartungskosten angeht, das war verhältnismäßig nicht so viel und bin dann komplett weg vom SAP-HCM in der Cloud. Das ist eine legitime Strategie, die man fahren kann, gemäß den Fallen natürlich. Es kommt dann auch zeitnah rund um 27 diese Payroll raus und gemäß dem Fall, sie ist stabil und passt auf meinen Use Case. Und das ist der Poker-Anteil. Das ist der Poker-Anteil. Also Zeitkomponente, Stabilität und der Fit auf die eigene Organisation sind dann die drei Poker-Komponenten, die ich machen kann. So und wichtig ist das deshalb, weil das ist ja im Prinzip das eine Ding, was alle auf HCM im Moment noch festnagelt, nämlich diese fehlende Payroll. Also weil ansonsten könnte man ja jetzt heute schon sagen, hey wieso, SuccessFactors können irgendwie alles Notwendige, was ein modernes HR-Verwaltungstool mit Self-Service und Gedöns haben sollte. Das geht schon jetzt. Aber die Sache mit, wir können die Leute nicht bezahlen, das läuft doch nicht so ganz. Genau, richtig. Es gibt auch so einen zweiten Mythos in SuccessFactors, das Thema Zeitwirtschaft, da auch jetzt irgendwie nicht so der Pralle gut ist. Das ist aber nicht der Fall. Also da kann man halt auch bedenkenlos zugreifen und auch alles Mögliche machen, was man so an Stunts in irgendwelchen Betriebsvereinbarungen stehen hat mittlerweile. Aber es ist wirklich in der Tat, Entgelt auszahlen kann ich nicht mit SuccessFactors. Und deswegen Kunden, die SAP HCM im Einsatz haben, müssen da bleiben. Können nicht einfach so Sack und Pack umziehen, sondern... Genau. Und jetzt zu sagen, okay, jetzt gehe ich von SAP HCM auf P&I LOGA als Beispiel oder ich nehme irgendwie Dativ als Entgeltabrechnungssystem. Ja, Blumentopf hat man jetzt damit auch nicht gewonnen. Man hat ein Projekt, man hat ein anderes Entgeltsystem mit anderen Dingen, ja, mit Schulungsaufwand etc. pp. Aber da hat man jetzt seine Hausaufgaben erstmal natürlich ins Basics gemacht als HR-Beteiligung. Die Leute werden weiter bezahlt, aber der geeignete Mitarbeiter sagt dann halt, okay, unten steht jetzt nicht mehr SAP drauf, sondern Dativ. Ich kriege Gott sei Dank mein gleiches Nettogehalt, also die Welt ist gut. Also deswegen bleibt ja kein Mensch irgendwie einen Tag länger oder entscheidet sich für irgendeine Company. Da ist der Talentmanagementprozess irgendwie dann doch schon entscheidender für das Ganze. Jetzt mal angenommen, ich bin eher zurückhaltend, was meine Bereitschaft angeht zu pokern. Das heißt, mir ist das ein bisschen zu wickelig, das sind keine gelegten Eier. Jetzt haben wir schon gesagt, die Überschrift ist HVS4 Erfahrungswerte, ja, das sind sechs Monate vergangen. Was kannst du denn sagen, wie sehr ist denn jetzt auch aus Gesprächen mit Kunden, sind die Leute ready für HVS4? Also diejenigen, die nicht pokern wollen und sagen, wir setzen das aus, sondern nee, wir wollen jetzt also Zeit gewinnen. Du hast ja schon gesagt, es gibt da so sieben Jahresfenster, die man sich da an Zeit einkaufen kann mit so einem Upgrade. Das ist ja ein Upgrade dann auf eine neue Version, sage ich mal, die ein bisschen näher an HVS4, an S4 HANA-Feeling ist als mit dem bisherigen HCM. Wie viele Leute sind da so bereit? Also ist das so, also ja, sag mal. Ja, vielleicht noch so ein Punkt zu der Poker-Strategie. Das ist ja Strategie 1. Ich will das nur kurz abschließen. Das klingt risikoreich ohne Ende. Warum sollte ich das überhaupt tun? Warum entscheidet sich ein Kunde, diesen strategischen Weg Nummer 1 überhaupt zu wählen? Warum, Alex, entscheiden sich Kunden, diesen strategischen Weg zu wählen? Danke, dass du nochmal da nachfragst. Ja, der Punkt ist hier, mit dem HVS4 Upgrade sind ja natürlich auch Kosten verbunden. Erstens, ich habe Projektkosten, meine Maschine muss sie irgendwie fit bekommen, dass ich alle Restriktionen erfülle, damit ich die Außenfarbe bekomme. Haben wir schon drüber gesprochen. Das Zweite ist natürlich auch die Umstellung des Lizenzmodells. Von userbasierten Lizenzen, ja, also die Leute, die Zugriff auf das System haben, hin zu mitarbeiterorientierten Lizenzen. Das heißt, jeder Abrechnungsfall ist lizenzierungspflichtig und kostet Geld. Das sorgt in der Regel dafür, dass ich irgendeinen Einmalbetrag habe, der nicht gerade klein ist, den ich dann der SAP überweisen muss. Und die Wartungskosten, die man jährlich erkennt, die werden natürlich auf das neue Lizenzvolumen angesetzt. Das heißt, meine Wartungskosten verändern sich, steigen, meine jährlichen. Und ich habe Einmalkosten, die ich habe und dann gucke ich mir kurz an auf die Mehrwertseite, was habe ich? Zeit. Fast als einziger Mehrwert außer neue Außenfarbe, ja, also Zeit. Wäre denn das Lizenzmodell, also das ist jetzt eine Detailfrage, aber mein erster Gedanke, wäre das Lizenzmodell in SuccessFactors denn anders oder ist das sowieso das Ziel, wo man landet? Das ist dann der Vorteil, man bereitet sich damit vor, dass man natürlich das Lizenzswapping dann machen kann Richtung SuccessFactors. Ich kann dann halt tauschen die Lizenzen und so, das sind natürlich halt die Pro-Argumente dafür, aber ja gut. Okay, also einmal Lizenzkosten, natürlich die Projektkosten, aber dann muss ich nicht in die Extended Wartung, in die Extended Maintenance, die ja vermutlich auch nicht ganz umsonst gibt. Ja, die gibt es nicht umsonst, aber wenn man das mal kurz irgendwie auf eine Waage legt, dann ist es so, ja, die Projektkosten sind so schwer, ja, und das Maintenance ist so mehr Geld, ja, das ist dann doch schon, man sagt, puh, das ist ein fettes Fund im Gegensatz zum Extended Maintenance bei der ganzen Sache. Ja, und das Geld könnte ich natürlich in die Hand nehmen und sagen, das Geld investiere ich in den Ausbau meines SuccessFactors-Systems und poker halt auf der Zeit, man hat einfach den Cashflow da, den ich da nutzen kann, um das SuccessFactors-System sukzessive auszubauen. Dann komme ich vielleicht zur zweiten Strategie, SuccessFactors-System auszubauen, das ist natürlich die zweite Strategie. Die häufigste, eine neue Welt zu schaffen, SuccessFactors ist eine Lösung in der Cloud, es gibt natürlich viele verschiedene Lösungen in der Cloud, also man könnte zum Beispiel auch sagen, Workday als zukünftige Plattform zu nehmen und das SAP-HCM-System in den Funktionalitäten, die man hat, sowas von auszuhöhlen, dass man damit nur noch Entgelt macht, also so nach dem Motto, Outdoor-Service und so weiter, Urlaubsfreigabe, alles weg, alles in die neue Welt bringt, sukzessive hat einen Projektplan, bringt alles da hoch in die Cloud, ob das jetzt SuccessFactors, Workday, whatever auch immer ist, in dem neuen System und sagt dann, ich sorge nur noch dafür, dass das HCM-System Entgelt macht, bei der ganzen Sache. Ja, das ist die zweite. Und dann habe ich natürlich da auch wieder diese Poker-Geschichte, aber vielleicht eine kleinere Poker-Geschichte nur, ob ich das Ganze mache, wenn ich wieder bei Strategie 1. Aber dann zu sagen, okay, und jetzt update ich dann und ich lasse das Thema SAP-HCM für das Thema Entgelt über 20, 30 hinauslaufen, warte mal ab, wie das ist mit den SuccessFactors, mit der Payroll, die es ist, lasse dir erstmal ein paar Jahre da abrechnen und tun und Stabilität und vielleicht bin ich auch teilöffentlich oder habe ganz spezielle Geschichten und habe einfach mein SAP-HCM-System, das rechnet Geld ab, einmal im Monat, schmeiße die Kiste an, so gefühlt, ziehe mir die aktuellen Stammdaten, rechne einmal durch, mache die Folgeaktivität in Richtung Finanzen, Finanzabend, Krankenkasse und Geld auszahlen und schalte das System dann irgendwie nach einer Woche wieder ab, so. Ja, als Beispiel. Warum ist das weniger Pokern? Also, weil ich meine, ich muss ja, ich sage mal, ich würde ja trotzdem mir wünschen, dass ich weiterhin Wartungen und Updates kriege. Ja, kriegst du ja auch, wenn ich auf HVS vor das update, das Ding, ja. Okay, also das wäre die Variante, ich gehe auf HVS vor und weil, weil du da gesagt hast, okay, ich baue meinen SuccessFactors auf, also es wäre eine Kombination, ich gehe auf HVS vor und ich arbeite schon mal daran, mein HR-System auszuhöhlen, damit es immer weniger Relevanz ist, damit ich dann irgendwann zum Tag X auf die Payroll in SuccessFactors um, also das wäre dann quasi das letzte Item, was ich rüberschieben würde. Genau, richtig. Also, ich mache den Weg, also ich mache den Upgrade-Schritt auf HVS vor. Genau, richtig. Deswegen, mit Kunden sage ich immer, stellt euch einfach vor, ihr macht den ganzen Tag Personalarbeit in der Cloud von SuccessFactors und einmal im Monat schaltet ihr für eine Woche dieses SAP-HCM-System an. Klick hochfahren, ziehe ich mir die aktuellen Stammdaten aus der Cloud, die ich brauche, hier, Mitarbeiter hat geheiratet, der andere hat irgendwie, soll eine Einmalzahlung bekommen als Bonus, weil er besonders gut war und so weiter, ziehe ich mir das runter, dann rechne ich einmal durch, sag dem Finanzamt Bescheid, der hat das gekriegt, der hat das gekriegt, sagt der Krankenkasse Bescheid, hier hast du das Geld für den und für den, mach mir den DTA-Auszug, dass ich dann halt über meine Bank den Leuten das Gehalt zahlen kann und dann fahre ich das System wieder runter. So. Okay. So muss das SAP-HCM-System am Ende des Tages dann sein und dann kann ich sagen, und das kann ich ja erstmal bis 2040 reiten, machen und mir alles andere angucken. Das ist so ein bisschen die Sicherheitsvariante, die ich dann, ja, einfach habe. In der Hoffnung, dass es nicht bis 2040 wirklich dauert, bis die Payroll, ne? Also hoffentlich dann irgendwie zwischen 20, 27 und 20, 30 die Payroll, ja. Ja. Okay, so jetzt, das war die zweite Strategie, was ist die dritte? Ja, die dritte Strategie ist im Prinzip, naja, ich sage jetzt mal, dass das, überhaupt erstmal Kunden halt erstmal anfangen, das ganze Thema überhaupt Next Generation, irgendwie HR-System überhaupt irgendwie ans Leben zu bekommen. Das heißt, den Einstieg machen überhaupt erstmal und dann zu sagen, okay, was, ich lasse mein SAP-HCM-System mit den allen funktionierenden Zeitwirtschaft-Urlaubsantrag, was du also gerade angesprochen hast, so, lasse ich erstmal so, mache es auf HVS für das Upgrade und gehe erste Schritte dann Richtung Cloud. Und habe also in den Zeitplanen weitaus länger gelesen, dass ich dieses SAP-HCM-System auch über 2030 hinaus noch mit mehr Kernfunktionalitäten betreibe, als ich jetzt in meinem einmal die Woche hochfahren, runterfahren Szenario an der Stelle im Prinzip. Das heißt, so ein bisschen in meiner eigenen Geschwindigkeit ziehe ich einzelne Service um. Ich habe nicht das Standardziel, alle Services weg bis auf Payroll, sondern es ist eher so, kommen heute mal, ich habe keine Ahnung, Urlaubsantrag, morgen irgendwas anderes und das schiebe ich dann so langsam in die Cloud. Okay. Was für ein Vorteil, wer sollte das wählen, diese Strategie? Naja, das sind Kunden, die jetzt im Prinzip sich sukzessive langsam aufmachen wollen und damit erste Erfahrungen machen wollen. Also, die wollen nicht all in gehen, sondern erstmal, wie fühlt sich SuccessFactors an, wird das akzeptiert oder was ist der Gedanke? Ja, es ist halt meistens halt auch für Kunden, die so teilöffentlich sind, also Banken, die das Cloud-Thema so in den ersten C da reintun und sich mal gucken, wohlfühlen und mit Datenschutz und IT-Security und so weiter. Also, für diese Kunden ist dann diese Long-Term-Strategie eher, dass sie da auch ihre Governance- und Security-Prozesse drumherum hochziehen können, ohne dass man sich jetzt gleich mit allem, mit Sack und Pack da verbindet. Genau, es ist auf einer langeren Zeitschiene, irgendwas zwischen 2030, 2040, dass ich da fertig werde mit der ganzen Sache. Warum ist das überhaupt, was ist ja Strategie oder für wen ist das eigentlich geeignet? Der Punkt ist ja wie folgt. Am Anfang meines Erwährendes-Vortrages, was ich da mit Kunden immer halte, wenn der Entscheiderkreis zusammensitzt, Personal, Vorstand, Leitung, IT-Leitung, IT-Security, wer auch immer, bringe ich mal als allererstes so einen kleinen Gag mit einem Brief, nämlich ein Kündigungsschreiben des Mietvertrages von der SAP, denn alle müssen sich bewusst sein, 2040 ist man raus. Ja, ich habe jetzt einfach nur die Option. Also die SAP kündigt uns. Kündigt uns und wir von unserer schönen, eingerichteten, muckligen, warmen Wohnung. Die sagen dann im Prinzip, ja, gekündigt wirst du bis 2027, ja, es sei denn, du wirfst das ein bisschen Geld ein, dann kannst du ein bisschen 2030 ein bisschen da nehmen. Oder, ja, du wirfst ein bisschen mehr Geld ein, dann kannst du auch bis 2040 in dieser Wohnung leben. Plus Abo. Ja, ja, plus Abo, genau, und dafür machen wir aber die Außenfassade neu. Oder, und, aber auf jeden Fall, pass auf, 2040 wird das Gebäude hier abgerissen, da wollen wir ein schönes Bürokomplex oder Shopping-Center hochziehen, dann ist aber hier Ende im Gelände, ja, so ungefähr ist das. Das heißt, alle müssen sich bewusst sein, die Uhr schlägt und 2040 ist over. Ja, also, 12, dann ist es vorbei. Mal auch ganz ehrlich, wenn die SAP bei ihrer Timeline bleibt, die SuccessFactors Payroll, die wirklich schon gut gereift ist als Produkt, wenn wir hoffentlich dieses Jahr noch mehr erfahren von der SAP offiziell, wenn die dann draußen ist, dann gibt es ja wirklich gar nichts mehr, was nicht in der Cloud von SAP angeboten wird, warum man sagen könnte, bleib doch on-premise. Und warum sollte dann die SAP das tote Pferd noch über 2040 weiter reiten? Also, warum? Es gibt doch alles Alternative in der Cloud, sie haben doch neue Software, besser, schneller, schöner, hübscher, alles da. Also, ja, das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das Pferd dann weiter reiten wollen. Ja, klar, DSAG und Druck, öffentlicher Dienst und so weiter, wer weiß, was da passieren könnte, aber da kann ich mir nur noch vorstellen, dass sie sagt, okay, für alle Kunden, die jetzt irgendwie im öffentlichen Sektor, Finanzverwaltung oder wer auch immer ist, große Kunden so, für die ziehen wir das noch, aber nur für die mit dem Extravertrag etc. alle anderen Kunden ist 2040. Könnte sein, aber das ist genauso wie die erste Pokerwette. Ja, okay, jetzt, wir gehen erstmal davon aus, Erfahrungswerte zu der SuccessFactors Paywork gibt es ja noch nicht. Da können wir noch nicht drüber reden, das ist doch kein gelegtes Ei. Außer Leute in den Vereinigten Königreich. Also UK haben schon Erfahrungswerte, okay, und die sagen aber Daumen hoch oder ist das viel einfacher oder viel komplizierter als Deutschland? Ich höre immer, ich habe ja da jetzt nicht tiefste Ahnung, aber es wird immer von allen Seiten immer so scharf Luft eingezogen, irgendwie, wenn über die deutsche Payroll gesprochen wird, weil das schon spektakulär ist anscheinend. Unser Gesetzgeber arbeitet daran, dass dieser Ruf natürlich auch Bestand hat, ja, genau. Okay. Also die Erfahrungswerte kann ich nicht zu sagen an der Sache, das wird noch offiziell seitens SAP verkündet werden. Gut, also dann können wir hier jetzt noch nicht drüber reden, aber wir sind natürlich gespannt, das ist dann ein späteres Update. So, jetzt HVS4, gehen wir davon aus, dass die Leute keine Wetten abschließen, wir also über Payroll jetzt noch nicht reden können. Das Ding braucht also vermutlich einen Zwischenschritt, du hast ja eben auch gesagt, die meisten entscheiden sich für diesen Zwischenschritt, damit sie also auch da, ja, am Ende auf Nummer sicher gehen, ist dann ja auch so. Und du hast auch gesagt, die meisten entscheiden sich für diesen Weg dann schon sehr aktiv das Thema SuccessFactors anzugehen. Oder eine andere Lösung ist auch. Oder eine andere Lösung, aber auf jeden Fall dieses Konzept, ich höhle, also bis auf Payroll bleibt eigentlich nichts in meinem bisherigen System. Und HVS4 ist ein Interimsschritt, der dazukommt. Also es ist nicht das einzige Ding, was ich dann anfasse, sondern ich bringe das eigentlich auf eine andere Plattform inklusive dem Upgrade auf HVS4. Was sind denn da jetzt Erfahrungswerte aus deiner Sicht? Also wie weit sind da diese Projekte und was gibt es da so für Besonderheiten? Ja gut, also wir begleiten momentan einige Kunden dabei in diesem Upgrade-Projekt. Aus den Rendite-Checks, die wir gemacht haben, kommen natürlich unterschiedliche Timelines rein. Also es ist kein Sprint, das Ding. Das ist nicht so ein Monat und durch sind wir mit der Sache. Weil diese Restriktion, diese Dinge, die man alle als Vorarbeiten zu erledigen haben, sind dann doch schon einige und auch zeitintensive. Ich nehme jetzt mal das Beispiel, einen Datenbankwechsel macht man nicht irgendwie zwischen Suppe und Kartoffeln. Also das weißt du jetzt selber aus der Basis heraus. Das ist dann doch schon ein Projekt, was ich jetzt vor der Brust habe. Vor allen Dingen mit all einer Downtime an irgendeinem Wochenende. Und da muss ich ja irgendwie jetzt die Konvertierung ja auch machen auf die HANA DB. Gut, aus Sicht des Fachbereiches fühlt sich das ja dann am nächsten Montag immer genauso an. Da gibt es ja wirklich so, ach, ihr habt was gemacht. Ja, okay. Also im besten Fall ist das dann das Ergebnis. Es kommt die Frage, ach, ihr habt was gemacht. Im schlechtesten Fall ist dann so, irgendwie funktioniert nichts. Aber hoffentlich ist es dann schneller. Ja. Und da kommt das Thema Timeline zum Beispiel. Also jetzt ist die Fachabteilung von die HR-IT-Betreuungsabteilung als Beispiel, also die sich um das System irgendwie kümmert und dann Fachahnung hat, ist ja meistens nicht unbedingt die Abteilung in einem Unternehmen, die dann halt auch von SAP-Basis ganz tief Ahnung hat. Das heißt, man braucht halt auch die SAP-Basis zum Beispiel dafür, mit der man auch Timelines dann synchronisieren muss. Die haben ja auch irgendwas zu tun den ganzen Tag. Ich meine, das ist ja ein System, die haben eine ganze ERP-Landschaft, die sie irgendwie dann auch vor der Flinte haben, die sie halt auch irgendwie betreuen, updaten, whatever müssen. Das heißt, da muss man so seinen Slot bekommen. Das ist auf der Timeline erstmal ein Punkt. Und dann natürlich halt gibt es verschiedene Vorprojekte, sei es technischer Natur, fachlicher Natur, die dann zu erledigen sind. Das heißt, so eine typische Timeline, so ein zwölf Monaten Pima-Dorm, ja. Neun bis zwölf Monate ist so wirklich die Implementierungs-Umsetzungszeit. Und es machen sich natürlich Kunden auf, also wir machen mal da Update-Projekte. Wir werden so im September, Oktober so die ersten Kunden haben, mit denen wir dann auch live auf HVS4 unterwegs sind. Ja, das ist so ungefähr. Was ist so die Rückmeldung? Also reden wir hier, also für mich ist der Vergleichsmaßstab im Moment natürlich eine S4-HANA-Transformation, wird das ja auch oft genannt und nicht einfach nur Upgrade, wo ich viel auch über die Business-Prozesse reden muss und es dann vielleicht auch Vorprojekte gibt, die ich vorher machen kann schon und so weiter und so fort. Also auch, wo wirklich eigentlich alle Stakeholder mitarbeiten müssen, ist HVS4-Upgrade genauso groß in der Empfindung? Anders. Die Fahrabteilung kommt eigentlich relativ spät erst dazu, weil ich habe ja erstmal technische Voraussetzungen zu schaffen. Sowas wie NetWiwa 7.5 drunterschrauben, HANA-DB drunterschrauben, den ganzen Coding anpassen, die Code-Findings dann anpassen, eventuell den Business-Connector austauschen mit der Integration-Suite, um dann die Behördenkommunikation auf das nächste Level zu bringen. Das sind alles technische Notwendigkeiten. Also HVS4 ist eher so ein 80% Technikprojekt. Für einige Kunden, die dann irgendein älteres HCM-Modul haben, ich nehme jetzt mal als Beispiel Veranstaltungsmanagement, nutzen einige Kunden. Was machen sie damit? Sie haben damit protokolliert, welcher Mitarbeiter hat eigentlich an welcher Sicherheitsschulung unter Unterweisung teilgenommen, hat seinen Erste-Hilfe-Kurs für Ersthelfer, für Brandmelder, für alles so gemacht, damit man nachweisen kann hier gesetzlich. Hier unser Ersthelfer hat alles stattgefunden und so weiter. Das ist ja ein Protokollierungstool für Schulungen. Das Modul existiert nicht mehr. Und dann ist die Fachabteilung, während unten quasi saniert wird, die technologische Basis saniert wird, hat die Fachabteilung das To-Do, zu sagen, Mist, was machen wir damit? Was machen wir jetzt? Machen wir jetzt die Learning Solution, das Nachfolgeprodukt für das Veranstaltungsmanagement. Das ist aber auch die Tode gewaltt, weil 2040 hängt da auch den Kuchenkopf drüber. Machen wir jetzt Successful Learning, das ist aber eigentlich irgendwie eine Lernplattform. Wir wollen ja eigentlich nur protokollieren, ja, erstmal. Also wenn man das eins zu eins… Dass man es irgendwo vorzeigen kann, wenn jemand danach fragt. Okay, jetzt, wenn wir Successful Learning oder eine andere Learning-Geschichte machen, da findet man sich dann, naja gut, wenn wir es schon kaufen, was können wir denn noch damit machen? Und dann fängt man natürlich an, erstmal, ja, eigentlich eine Lernplattform einzuführen, die dann halt auch eigentlich die Kernaufgabe mit erledigt. Und das hat man dann als fachliches Projekt, als Fachabteilung dann, ja, vor sich. Das macht man währenddessen an der Stelle, ja. Also gut, das muss im Projektplan vorgesehen werden, aber du hast gesagt, okay, Master, also 80 Prozent ist es eigentlich Technik und das sind dann so die kleinen Stinker sozusagen, die hoch… Vor allen Dingen, weil das neue, ich sag mal, wenn du sagst, Successful Learning, dann ist das ja irgendein anderes Projekt, das ja aus dem HVS4 heraus initiiert wurde oder den Anstoß gegeben wurde. Ja, aber eigentlich ist es ja ein Losgelesen, du kannst ja trotzdem HVS4 live gehen, auch wenn du nicht dann Learning eingeführt hast. Also es ist dann, es tut sich so ein Seitenstrang auf, der völlig unabhängig dann davon läuft, nur weil er daraus, ja, initialisiert wurde. Ist das denn, okay, wenn es das Modul nicht mehr gibt, wäre doch, ich meine, die Daten müssen erstmal gesichert werden und irgendwo… Man kann auf die Daten noch zugreifen, die gehen jetzt nicht, die Tabelle wird nicht gedroppt sozusagen. Also, wenn man finnig ist, ist es ja wie folgt, es wird ja damit, wie wird die Sperre eigentlich ausgelöst, dass ich das Modul nicht mehr wenden kann. Dann ist irgendwo im ABAP-Coding drin nach dem Motto, ach, du willst die Transaktion öffnen, na, die hat hier, Hauptschalter ist obsolet und dann kommt eine Fehlermeldung, kannst du nicht mehr. Jetzt kann ich mir natürlich dann halt auch sagen, mit Exit-Points, mit Modifikationsschlüssel, ich springe darüber hinweg oder baue eine Kundentransaktion drumherum, kennst die ganzen Tricks und bin dann wieder in dem Ding drin und kann dann mein Veranstaltungsmanagement ausprobieren. Also, es gibt Mittel und Wege, das halt auch zu nutzen, weil die Datenbanktabellen, das ist, womit wir angefangen haben, die Datenbasis ändert sich nicht, die Datenbanktabellen sind weiterhin da, die gleichen sind weiterhin gefüllt, SAP löscht da auch nichts, ja, solange man nicht selber löscht, löschen die da auch nichts. Ich kann auf die Daten, auf diese Infotypen weiterhin zugreifen und mir anschauen, also... Okay, das ist natürlich dann auch ganz dankbar für meinen Z-Code, ne, weil das ist ja etwas, was ich bei SWHANA nicht ganz so easy habe. Genau. Ich muss halt nur gucken, dass mein Z-Code HANA-Datenbankkompatibilität hat. Und da kommen wir auch wieder auf einen weiteren Punkt, manche Add-ons, die ich im HCM verwende, von Drittherstellern, das ist im HCM häufig der Fall, um Abrechnungsergebnisse zu prüfen, für Testfälle Personaldaten zu klonen, zu kopieren und so weiter, die sind nicht alle HVS4-Ready, das heißt, das Coding ist da häufig nicht HVS4-Ready. Im Sinne von HANA-Datenbank-Ready auch teilweise. Und muss ich dann halt einfach, die meisten Hersteller bieten da Updates, Patches ein, hat man auch schon lange dann manchmal nicht mehr, sagt man sich, oh, es gibt die Version irgendwie 3.5 schon, wir sind noch auf 1.7, ja, ein paar Jahre einfach geschlafen, man hätte auch so viel mehr machen können. Das hat halt bisher funktioniert und jetzt lohnt es sich dann doch mal da zu gucken, beziehungsweise, ja, hat man einen Vertrag dafür oder nicht, ne, das ist eine gute Frage. Ja, genau, dann halt auch nicht, ja, also, aber dann gibt es das Add-on. Es gibt natürlich auch Add-ons, die dann absolut nicht mehr lauffähig sind, weil sie zum Beispiel auf Java-Code mit basieren und draufsetzen, ne, also das kann dann natürlich auch passieren. Dann hat man natürlich ein Problem, dann wieder auf der Fachabteilung, ja, Mist, äh, jetzt müssen wir uns da was anderes überlegen, um in unserem, keine Ahnung, Abrechnungsprozess als Beispiel jetzt oder für unser Personalakt oder sowas, ein anderes Tool finden, das uns die gleiche Arbeit erleichtert wie vorher, nur halt funktioniert unter der neuen Lösung. Das kann dann halt auch wieder so ein Suchauftrag sein und ein Tool-Ablösungsauftrag sein, den ich dann auf einmal habe, ja. Jetzt laufen ja noch die HVS4-Upgrades. Gibt es denn schon, ich sag mal, Rückmeldungen von Kunden, die das jetzt gerade durchleben, die ihr auch begleitet? Ist da so, wie ist so die Stimmung, sag ich mal? Also ist der Tenor eher so, ja, okay, es ist viel zu tun, aber wir schaffen das oder, oh mein Gott, äh, oder, ja. Nee, es ist auch nicht so, wo irgendwo ein Kind im Brunnen fällt oder sowas, weil die meisten Tätigkeiten, die man als Restriktionen da hat, die sind ja auch schon, äh, länger schon bekannt, sie zu tun, ne? Also ich sag mal, ein Netweaver 7.5-Update ist jetzt nicht so noch nicht spektakulär, ne? Ist, ist einfach was zu tun. Wahrscheinlich Hardware und so ein Kram auch noch, ne? Genau, was ich eventuell selber oder mit meinem Hoster ausmachen muss dann, ja. Auch etwas, ne? Also hundertmal schon irgendwie gemacht gefühlt, ne? Für andere RP-Systeme. Dann HANA-Datenbank drunter schreiben, äh, drunter schrauben ist halt auch, ne? Haben auch viele Erfahrungen. Gibt es zig, ich weiß ja selber, Subnotes, Erzählterartikel, How-To's, was auch immer. Also es ist auch nicht spektakulär. Es gibt nichts Spektakuläres jetzt, wo man sagen könnte, oh mein Gott, das ist ganz neu und was hat's, ne? Weil es einfach ein altes System ist, was im Kern aktualisiert wird und Dinge, die da gemacht werden müssen, ja. Die aber schon alle als Erfahrungswerte vorliegen. Der einzige Erfahrungswert ist, der nicht vorliegt, ist, was passiert, wenn ich diese Business-Function dann aktiviere, diesen kleinen Schalter, der nicht mehr zurückstellbar ist. Oder abrecht, ne? Genau. Anmache. Wie sieht's dann auf der anderen Seite davon aus? Ja, ähm, ja, das, äh, da, da ist das so ein bisschen, äh, uh, mal gucken. Jetzt haben wir ja auch, äh, 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 schon ein bisschen darüber geredet und immer so ein bisschen aus der Perspektive darauf, okay, das ist mein SAP-System, mein HCM-System und ich muss das upgraden oder, oder mein Dienstleister gradet das für mich ab oder ich werde auch dabei begleitet, ja. Aber immer noch so, ich sag mal, die Konstellation, äh, die Beziehung zwischen mir und dem Dienstleister ist gleich geblieben. Jetzt gibt es ja von der SAP auch die Aussage, ja, Mensch, komm zu uns in die Cloud, in die, in die SAP, Private Cloud, Rise with SAP. Gibt es da Bestrebungen oder Tendenzen von der SAP, das auch nochmal zu fördern? Also auch vielleicht sogar unabhängig von der Entscheidung, ob ich mit S4HANA zu SAP ins, ja, früher hat man das gesagt, ne, Hack, äh, HANA Enterprise Cloud oder SAP Hosting oder wie man es auch immer jetzt bezeichnet. Gibt es da Bestrebungen von SAP? Speziell für HVS4? Ja gut, äh, HVS4 gibt es natürlich auch in der Private Cloud Edition Variante. Ähm, da gibt es nochmal extra Restriktionen dazu, nämlich keine Talentmanagement-Funktionalitäten, ne, also sowas wie die Learning Solution für, äh, Trainingsmanagement. Also das, was dann, äh, ich sag mal, abgekündigt ist, ist dann auch nicht verfügbar? Ne, das ist ja nicht abgekündigt, das ist ja On-Premise, ist das noch verfügbar, das Ganze, das ist nicht abgekündigt. Nur die SAP möchte sich mit gewissen Dingen wie E-Recruiting, Learning Solution und so weiter natürlich nicht in der Cloud, in ihrer Private Cloud, eine Konkurrenz zu SuccessFactors selber hinstellen, ja, also... Okay, nicht mal für die, die eigentlich perspektivisch ja auch zu SuccessFactors gehen wollen. Nein. Also ich hab dann, äh, wir haben ja bei dem Thema Simplifikation Module, die abgeschaltet werden, diese Summe ist dann größer von Modulen, die dann abgeschaltet werden, weil man sagt dann, ja, wenn du... Schon mal den Ernstfall üben. Genau, eigentlich machst du dann eigentlich nur noch Stammdatmanagement, ähm, Aufbauorganisation, also Organisationsmanagement, äh, zu haben, deine, die Struktur deines Unternehmens da abzubilden und zu managen und Versetzungsprozesse der SAP, äh, Zeitwirtschaft und Entgeltabrechnung machst du dann in dieser PC-Variante, alles andere dann nicht mehr, das machst du dann hoffentlich mit SuccessFactors aus SAP-sicht gesehen, ähm, beziehungsweise sie lassen auch nur SuccessFactors zu. Ah, okay. Das heißt, da, ähm, da gehe ich dann, schlage ich den Fahrzeug SuccessFactors ein. Ja gut, äh, die SAP, also, jetzt mal ganz ehrlich, du hast dein System, dein HCM-System bei SAP in der PCE liegen und kommst dann um die Ecke und sagst dann, ja, Leute, ich hab mir mal vorhin nichts überlegt, Spaßes halber, ich will Workday hier anschließen bei der ganzen Geschichte. Ja, Spaßes halber, da kannst du jetzt immer mit einer CSV-Datei arbeiten, weil wir werden doch nicht zu unseren Konkurrenten hier anschließen, äh, nee, vergiss es. Ähm, ja. Also, technisch wär das kein Problem, das könnte man auch sehen. Kein Problem, aber strategisch gesehen macht das doch keinen Sinn, irgendwie den, 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 ja, den Kunden in die Hände des anderen zu treiben, ja, also, nee. Also, wenn ich PCE gehe, gehe ich halt auch schon ein, ist das auch schon ein Soft-Commitment Richtung SuccessFactors für die Zukunft, ja, ein Soft-Commitment, strategisch gesehen. Und ist das irgendwie attraktiv, also, ist das, äh, ist das besser, also, wäre das, oder beleuchtet ihr diese Variante unbedingt auch dann bei, wenn man jetzt so einen Entscheidungspfad aufbaut oder, oder eine strategische Planung macht, hier, wir können das so machen, so. Weil ich meine, die meisten Dienstleister werden ja auch keine Erfahrung mit HVS4 haben, also, in der neuen Variante. Ja, ja. Da könnte man dann auch sagen, ja, Mensch, das wäre eigentlich ein legitimer Zwischenschritt, wir können die Gelegenheit gleich nutzen, dann gehen wir zur SAP. Die sollen sich um unser HVS4-System rumschlagen, bis wir es dann endlich dann komplett ins SuccessFactors reinhauen können. Genau, und jetzt, ähm, also, und die meisten haben wir halt auch keine Ahnung von der PCE, also, jetzt im HR-Kontext. Von der Private Cloud Edition, ja. Private Cloud Edition. Ne, also, ähm, wir haben ja heute das Thema Update hier auch und Erfahrungen und in der Tat fast, naja, ich würde sagen, 40% der Kunden, die wir beraten, spielen diesen Case mit durch und da wollen das wissen und davon machen sich auch einige auf, wirklich diesen Wechsel in die PCE zu gehen. Okay. Hat natürlich mehrere Aspekte. Der erste Aspekt ist natürlich, klar, erstmal infrastrukturtechnisch, ne, also, wir wissen alle heutzutage, ja, soweit sind wir schon, Cloud Computing ist nachhaltig. Natürlich einfacher, besser, günstiger zu betreiben, als irgendwie sein eigenes Rechenzentrum, was ich im Keller. Ja, das ist, glaube ich, keine neue Nachricht. Ähm, und das trifft natürlich auf die PCE und das HVS-System dann äquivalent zu. Der zweite Punkt ist natürlich, die SAP hat jetzt vor kurzem, ja, eine Ankündigung gemacht, dass sie, ähm, ja, Kunden, die in die Private Cloud Edition gehen, lizenztechnisch vergünstigen bzw. ein attraktives Angebot schnüren. Noch ist mir nicht so ganz klar, wie dieses attraktive Angebot eigentlich aussieht, ja, also ich, äh, mit meinem Kollegen Ingo Biermann, der ja bei uns das ganze S4-Transformation treibt, äh, sind wir jetzt gerade auseinandernehmen, was das eigentlich am Kern ist. Also ist das so ein, ähm, so ein Modell, wo ich jetzt, ja, wie soll ich das formulieren, äh, 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 meine, meine, äh, Gummipunkte bekomme, die ich dann gegenrechnen kann, also irgendwie so ein Guthaben nach dem Motto, so wie als wenn man sein Amazon-Konto mit so einer Sparguthaben irgendwie auflädt, und dann kann ich das dann mal irgendwie einsetzen bei der ganzen Sache. Ist das eine dauerhafte Vergünstigung jetzt jährlich? Ist es nur aufs erste Jahr? Nur gültig beim nächsten Kauf. Ja, oder nur gültig beim nächsten Kauf. Also da folgen jetzt in der nächsten Zeit natürlich ein paar Updates, äh, und an dieser Stelle möchte ich natürlich auch vielleicht kurz erwähnen, wir werden auch ein H4S4-Webinar jetzt haben, äh, und, äh, zum Thema, ja, äh, kommerzielle Antworten zu liefern, auch, und da werden wir auf dieses Thema dann halt, Auf die Lizenz-Thematik. Genau, reingehen, weil wir das zusammen mit der SAP betreiben werden, das, äh, Webinar. Okay. Und dann werden wir natürlich da auch einfach ein bisschen mehr dazu erzählen. Alles klar, wenn wir das haben, dann verlinken wir das hier, ja. Natürlich, genau. Ja, ähm, und, ja, die PCE für sich gesehen, äh, macht halt dann doch schon, äh, in irgendeiner Art und Weise einfach Sinn, weil man dann seinen ganzen Infrastrukturparkwerk ist. Das ist aber meistens von der IT-Mail-Chema, also keiner, äh, da steht morgens auf und sagt dann, ich will jetzt in die PCE, ja, und durch dieses neue Announcement von der SAP, dass das jetzt günstiger sein kann, oder günstiger sein kann, als wenn es nicht On-Prem, dann hat man natürlich nochmal so ein Leckerli, warum das vielleicht noch mehr Sinn macht, ne, also, das Incentive wird jetzt größer, das heißt, ich denke mal, dass jetzt eher 60% unserer Beratungsprojekte auch das Thema PCE beleuchten werden. Die Schwierigkeit jetzt natürlich im Gegang in die Private Cloud Edition ist, wir kommen aus dem SAP-HCM-System heraus, was noch nicht, meistens noch nicht, On-Hana ist, und dann geht's gleich in die PCE. Ähm, das heißt, Module sind abgekündigt, ich hab alle technischen Restriktionen, ich muss in der PCE On-Hana sein, also das Transformations... Muss man doch mal mit dem Kärcher durchgehen. Das Transformationsprojekt ist schon knackiger, ja, also aus technologischer Sicht für, ja, anspruchsvolle Leute in der SAP-Basis, die sagen dann, ja, endlich mal ein richtiges Projekt, ja, weil das ist knackig, ja, das ist heftig. Gut, aber ich sag mal, das Signal von SAP bei diesem Offering, was die da jetzt Ende Januar dann zum Beispiel gemacht haben, ist ja auch, dass sie, ähm, auch supporten, also wie immer das auch, wie umfangreich das auch dann immer ausfällt. Aber es geht auch nicht anders, ne? Also ohne Migrations-Server etc. pp. und Hilfe von SAP komme ich ja gar nicht in die PC, also... Ja. Schön, dass sie, also, das ist so, wir tun ja Gutes und reden jetzt nochmal drüber, ja, so nach dem Motto, ja. Ja, wobei, es gibt schon noch einen Unterschied, ob dann einfach nur gesagt wird, ja, sorry, ihr müsst Folgendes machen, vorher geht's hier nicht weiter, oder ob die dann dabei helfen, Folgendes zu machen. Ja, die Frage ist ja, ob sie jetzt Berater ausschwärmen in diesem Land und dann dem Kunden an deine Hand nehmen müssen, oder ob man... Also ich habe was von Consulting-Services gelesen, also das wäre bitte mal die Frage, die du ja mitnehmen könntest an das Webinar. Ja, also diese... Also diese... Möchte ich jetzt schon mal stellen. Ja. Wie weit geht ihr, ja? Das ist gut. Okay, also, ich glaube, da waren jetzt schon einige Informationen dabei und Erfahrungswerte. Ich habe verstanden, HVS4 ist für die meisten der logische Zwischenschritt, um auch Zeit zu gewinnen, auf die Payroll warten zu können, ja, ohne dass man pokern muss. Ja, auf den Weihnachtsmann, ne? Jetzt vielleicht mal so zum Abschluss, was ist denn aus deiner Sicht, ja, jetzt unmittelbar die nächste Entwicklung? Also was erwartest du, wenn du jetzt so in die Zukunft blickst? Was erwarten uns in den nächsten Monaten aus deiner Sicht dann noch für Entwicklungen? Du meinst es bezogen auf HVS4? Wenig, weil das 2025er Release ist das nächste, wo Entwicklungen drin sind und wir haben jetzt 24. Das heißt, ich muss jetzt nicht damit rechnen, dass ihr, also ich könnte ja jetzt auch hingehen und sagen, ja, ich warte mal noch ein halbes Jahr, vielleicht tut sich ja dann schon wieder was. Ist es noch billiger geworden, auf HVS4 zu wechseln oder was sagt deine Glaskwurgel? Ich glaube nicht. Also die Karten sind erstmal auf dem Tisch? Ja, also in der HR-Welt gibt es schon momentan einen starken Anbieterkampf. Also zum Beispiel Oracle ist wirklich mit Gewetzmessern am Markt unterwegs, mit starken Offerings, einer guten Suite, die sie da am Markt haben, die es einfach mit SuccessFactors aufnehmen kann und Workday natürlich auch super stark am Markt unterwegs als Beispiel. Und da findet jetzt gerade der Dreikampf, wenn man so schön sagt, um den deutschen Markt statt, was die nächsten HR-Systeme angeht. Also es ist Blut im Wasser. Ja, es ist wirklich, also das ist wirklich... Und es wird die Chance genutzt, mal dann anzubieten, hey Mensch, wenn du schon über deine HCM-Landschaft nachdenkst, dann wäre doch jetzt mal ein guter Punkt, sich komplett von SAP abzuwenden. Ja, also es ist ja so, ich habe ja mal Kündigungsschreiben bekommen von SAP. Ah, okay. Und jetzt kann ich natürlich, wenn ich aus meiner Wohnung ausziehen kann, kann ich mir jetzt überlegen, A, in welchen Stadtteil ziehe ich, in welches Haus ziehe ich oder in welche Stadt ziehe ich oder in welches Land ziehe ich. Ja, oder Planet geht noch nicht, aber das kann ich mir ja schon doch aussuchen. Und legitim ist die Frage. Deswegen haben wir jetzt ganz häufig, wir machen das Thema HVS-Ready-Check, wir schreiben halt auf und zeigen dann halt, okay, was sind die Projektkosten, was sind dann auch die Lizenzkosten, da kommt meistens das Offering dann von der SAP-Paralle dazu rein. Da hat man so alle Kosten auf dem Tisch. Dann hat man die verschiedenen strategischen Wege, die es dann gibt, was man machen kann. Und da sagt jemand, boah, also das ist schon eine Stange Geld. Also haben nicht andere Mütter auch schöne Töchter? Ja, und dann kommt die nächste Frage und dann begleiten wir die Kunden dabei, zu sagen, okay, wie wollen wir denn HR aus System-Sicht gesehen, aus IT-Sicht gesehen, in der Zukunft gestalten? Was wäre das passende HR-System der Zukunft? Wie kommen wir denn da auch überhaupt hin? Wie sieht ein Roadmap dazu aus? Mit welchen Kosten haben wir zu schätzen? Was sind überhaupt unsere Anforderungen an ein zukünftiges HR-System? Und beschäftigen uns auf einmal mit der Software-Auswahl in dem Moment schon. Ja, und dann ist es natürlich ganz interessant, wenn man dann die von mir gerade genannten drei Anbieter sieht, wenn man die dann zum Beauty-Contest dann mal einlädt oder dann halt auch die Angebote bekommt, und ja, wie sich das dann quasi so ein bisschen wie beim Pferderennen entwickelt. Jetzt machst du ja Beratung, das heißt also, wenn ich dich jetzt frage, sollte man vorher einen Plan machen und dich fragen für die Beratung, sagst du wahrscheinlich ja. Ja, aber ganz kurz, ist HVS4 auf jeden Fall ein sinnvoller Schritt, sag ich mal, oder würdest du empfehlen, diese Bewertung, ist es überhaupt der richtige Schritt, das sollten wirklich alle machen? Die Bewertung, ist das ein sinnvoller Schritt, müssen und sollten alle, damit sie einmal wissen, was kostet überhaupt hier die Party? Auf jeden Fall, also Readiness Check. Readiness Check, von dem die SAP immer spricht, ist ein technisches Programm. Dazu gehört aber noch viel, viel mehr, also nur mit dem Programm durchführen an sich getan, ist es nicht fertig, vor allem, weil da ägyptische Hieroglyphen rauskommen, die ich irgendwie interpretieren muss. Das heißt, Readiness Check, bitte Beratungshaus wenden, da gibt es noch ganz, ganz viel drumherum, was ich mir anschauen muss. Und dann, ja, um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, ist es ein sinnvoller Schritt, ich habe dann Kosten und dann muss ich mir meine Strategien einmal überlegen, welche Strategie ich mache, ich kann die so pauschal nicht beantworten. Also es ist nicht so ein No-Brainer, wie von ERP 6.0 auf S4 HANA, weil da ist ja eigentlich schon, die Sache ist klar. Überhaupt nicht, ich habe nur Folgendes, bin ich jemand im öffentlichen Sektor, HVS4 muss, brauche ich nicht nachdenken, No-Brainer. Okay. Meistens, ja. Bin ich sehr sicherheitsaffin, auch HVS4, bei der ganzen Geschichte, ja. Möchte ich Personalarbeit betreiben, wie es noch kein anderer auf diesem Planeten getan habe und dass alle Mitarbeiter bei mir stehen, wie vom Apple Store, wenn das neue iPhone kommt und bei mir unbedingt arbeiten wollen, dann sollte ich über neue zukünftige HR-Suiten nachdenken, die ich dafür als Grundlage nutze und das Thema HVS4 ist halt dann... Muss auch irgendwie erledigt werden. Oder gar nicht. So ein bisschen amerikanisch zu sehen nach dem Motto, ja, die Leute müssen ihren Fall Geld bekommen. Ja, also es gibt da schon... Also irgendwie werden wir es hinbekommen, dass die Leute Geld bekommen, okay? Von Core zu Kontext, ja. Genau, richtig. Genau, es ist Kontext, ja, es ist nicht mehr Core. Aber in Deutschland ist es natürlich so, Payroll ist Core, ja, und von dem muss man sich auch erstmal... Also wir müssen uns da, wie soll ich sagen, gedanklich in der HR-Welt lösen, dass es ein Kontextthema wird, mehr und mehr ein Kontextthema wird. Eine HR-Abteilung definiert sich nicht nur darüber, dass ihr Entgelt auszahlt, sondern es ist Kontext und im Zweifel kann man sagen, komm, gib das den Steuerberater, der macht das schon. Okay, und dafür braucht man halt einen Plan dann, okay. Genau. Was wäre dann, also meine Frage zum Schluss, ja, was wäre deine Empfehlung, wenn man jetzt da schlau werden will, was wäre der logische, sinnvolle erste Schritt als Unternehmen, wenn sie dich fragen würden, ne, Herr Graf, was soll ich tun, was kann ich tun, und was ist deine Empfehlung, was ist deine Dienstleistung? Ja, also wir haben das Thema Ready-Nash-Check gerade schon mal angesprochen, ja, Ready-Nash-Check, ich vergleiche das mal so, kennt jeder, er geht zum Arzt, sagt dann, Arzt sagt dann, sie war schon lange nicht mehr hier, wir müssen mal ordentlich auf den Kopf stellen, ja, großes Blutbild, Belastungs-EKG, Organscanning, EKG. Wollte mich schon ein Herz klopfen, wenn ich das höre. Ja, genau, also du bist dann irgendwie den ganzen Tag da eingeschlossen in der Arztpraxis, kennst du selber, ne, wenn man das mal ist, ja. So, das ist ein Ready-Nash-Check, also intensiv unter die Motorhaube gucken, man kriegt alle Erkenntnisse und so weiter, hat natürlich auch Kosten, ne, für sich, ne, wenn man das betreibt, wer privatversichert ist, sieht dann die Rechnung und klappt dann hinten über und sagt dann, jetzt verstehe ich den 911er in der Garage vom Arzt erst, ne. Es gibt noch was Kleineres, das ist, wir bieten so einen Health-Check an, was machen wir? Wir haben einen Workshop-Tag, wir gehen einmal, klappern mal so alle Dinge durch, die man in der HVS-V-Transformation so betrachten müsste, wie ist eigentlich der Stand, so kleines Blutbild, mal abklopfen und hören, ja, wie ist die Lunge so und gehen das einmal durch. Danach machen wir einen groben Projektplan, nur für die HVS-V-Migration, unabgestimmt jetzt mit tausend anderen IT-Projekten, die im Unternehmen sollen stattfinden, ja, also deswegen, Ready-Nash-Check muss das tun, ja. Da kann man sagen, losgelöst ist das der Projektplan, auch einmal eine Kostenindikation, ja, was kostet das denn hier, was kostet denn das, was kostet denn das, was kostet denn das. Und dann habe ich unterm Strich, sage ich dann, okay, wie ist der Zustand meines Systems, was habe ich alles zu tun, wie lange brauche ich dafür und was wird es mir ungefähr kosten. Das ist der Ideale, wenn ich einen Budgetantrag machen muss für das Projekt oder sowas, ist das der ideale Geschichte und das ist halt dann natürlich, wir machen das, ja, für einen verhältnismäßig schmalen Taler, würde ich jetzt sagen. Ja, okay, also mal die Sensoren dran halten und dann aber auch einen belastbaren Report kriegen, mit dem man dann loslegen kann und dann weitermachen kann. Ja, genau, managementfähig halt mal unterwegs sein kann. Sodass man da jetzt nicht komplett bei Null anfangen muss und sich das alles selber zurecht klamüsern muss. Ja. Alles klar. Okay, also, wie hast du das genannt? Health-Check? Health-Check, ja. Health-Check, okay, alles klar. Also, wenn ihr daran interessiert seid, an dem Thema Health-Check, wir verlinken das auch in die Shownotes. Dann sage ich schon mal, vielen lieben Dank, Alex. Sehr gerne. Alexander Graf, unser Experte für das Thema HVS4 und danke euch für eure Aufmerksamkeit. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.